Herzlich Willkommen zu einer neuen Lektion Java für TUSI am General. Ich spreche heute mit dem zweiten Teil von den Basis-Algorithmen. Und zwar heute probieren wir herauszufangen, was das heißt Textbuch von unserer Buchsammlung. Das ist ein bisschen kompliziert. Das ist nicht ganz kompliziert. Das gehen wir dann hin an diesen Design. Probieren wir dann den Text für uns zu fangen. Knäppchen beigefügt. Ich will hier nicht das Buch zurückgehen. Ich will wirklich wissen, wer das der kleinste oder dickste Buch mit seiner Seite. Nicht unbedingt das Buch selber. Das können wir nicht später. Ich will wissen, wer das der dickste Buch, respektive wie viele Seiten sind das. Also von Seiten zwölf. Genau. Von Seiten zwölf von dem nächsten Buch. Okay. Den anderen gesehen haben wir ein bisschen mehr spät, weil das ist ein bisschen mehr kompliziert, wie das hinzukriegen. Okay. Das ist der Beschluss, aber ein bisschen mehr komplex. Das in diesem Fall heißt, find, compute, das ist immer schwer zu suchen, weil das ist eine richtige Rechnung. Find the biggest number of pages. Alla. Schon im Expressen Größen gemacht. Wiedersehen. Direkt Variablen um Gernot. Max. Pages. Nennen wir auch ein Maximal. Voilà. Selberstück wiederum. Doppelklick. Da können wir hier als Methode hinschreiben. Das ist schon so, dass wir hier als Methode hinschreiben. Das ist schon so. Das ist schon so. Das ist schon so. Und das ist schon so. Dass wir schon ein Problem haben. Das ist schon so. Wir müssen nur noch testen, ob wir das Buch haben. Okay. Dann können wir den Messagen popen und so weiter. Das ist schon so. Copy. Das ist schon so. Abteil. Ja. Jetzt nehmen wir noch ein Compute Average. In dem Fall. Willen wir hier. Max. Pages. Das geht ein Double. Das ist ein Integer. Ja. Ja. Ich komme nur noch einmal zurück. Da weiß ich noch einen kleinen Trick. Das haben wir schon eigentlich gesehen. Da weiß ich noch einen kleinen Trick. Da weiß ich schon, ob es gemacht wird. Den Average will ich ändern. Ctrl R. Was du jetzt ermerst hast. Refactor. Rename. Dann ändert dann die Variabelnummern. Hier vor allem. Text. Max. Pages. Enter. Dann sage ich. Not Compute Average. Mit Find. Max. Pages. Da kriegen wir ja automatisch eine Fehlermeldung. Weil die dann nicht geht. Die Methode. Die muss man programmieren. Ich will mal die Integer schaffen. Die Seite sind immer ganz zu wollen. Und dann sage ich. No Books. No. To. Max. Pages. Spotter. Und dann. Maximum. Of. Maximum number of pages. Max. Pages. Okay. Die Methode. Muss man programmieren. Wir machen. Bias. Library. Die programmieren da ganz. Frisch. Public. Integer. Find. Max. Pages. Ich brauche die Parameter. Analysiert. Das löst. Und wir gebrauchen das selbe Prinzip. Direkt. Das selbe Prinzip. Das behalten wir. Okay. Das löst. Das löst. Das löst. Ein Glas. Das löst. Okay. Das löst. Das löst. Los. Das löst. Das löst. Das löst. Das löst. Das löst. Man muss wissen. Ich muss wissen. Das löst. für fünf Seiten. Dir will man null aufhängen? Hm, ja, hm, das ist ja nicht. Wann sie sowieso bei mehr schnellen Element aufhängst? Das ist ja nicht allgemein. Bei den Büchern gibt es nur klappen, wenn es allgemein Informationen von positiv, negativ zu elementieren sind, dann muss man kein Startpunkt. Stimmt. Das ist ja der Gefolge. Wenn man in allgemein will sind, dann muss man mit irgendeiner Informationen aufhängen. Das wissen wir, wie wir uns hier schon diskutiert haben, bei der Moyenne. Ja, wir wissen, dass es negativ nicht gibt als Moyenne. Wir wissen noch, dass die Zeitungswillen nicht negativ zu sein. Mir ist das besser für allgemein zu denken, okay, wir gehen von Werten, die algorithmisch sind, wir holen einfach den nächsten Element. Okay, das kennt theoretisch auch, lass mal so, in die kleinsten Mählisch negativ zu ziehen. Ja. Das finde auch so ganz elegant. Wir haben mal elegant. Denn heute haben wir einen Algorithmus, dass da viel, viel, viel mehr, so ein, hm, mehr elegant und viel mehr flexibel für die Spritze gebraucht. Okay, gut. Das ist ja, da gehen wir einfach hin, eine Buchs, und wir holen den nächsten Element. Da, tun wir den nächsten Element. Okay. Da tun wir noch einmal kleine Fehler. Ah, wir machen hier das Resultat beim GetNull, weil wir kriegen ein Buch, ein Klassbuch, das ist ein Objekt. Das ist ein Objekt. Das ist ein Objekt, ja. Weil, was ich will, also habe ich hier drinnen, der GetNumberOfPages. Ich meine, das ist wahrscheinlich für die Menschen der großen Drücke, die paar Punkte. Ja. Ich kann das auch ein bisschen anders schreiben. Ich will jetzt nehmen hier das hier. Für die Leute, die hier schwierig sind, die können sich das so denken. Schon das Buch B. Und das für die GetNull. Und hier kann ich die GetNull. Okay. Okay. Was du auch willst. Ja, dass ihr gesagt, aha, okay, ich kann für dich ein Objekt und das von dem Objekt, das sie gleich nicht schafft, ja. Das sind wir, das dürfen wir nicht vergessen. Nein. Also, wir sehen das. Okay. Als gewöhnlich, als, weil es mir konzise ist, mir einfach zu verstehen, irgendwann schreibt man alles zusammen. Ja, konzeptuell, das lässt sich das doch besser. Ja, konzeptuell ist das doch besser. Aber irgendwann, weil es ein bisschen kompakt muss gehen, weil es so viele Zwischenvariablen gibt, da geht ein bisschen mit Devin immer mit Zwischenvariablen schaffen. Das immer, 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 immer. Na, tappt es auch, wie sehen, denn dann entsteht heute zwischen Primitiv-Typen, anebenen, Objekten von Klassen, ja. Ja, ganz genau. Wenn man das natürlich kriegt, dann kannst du die ganze Kontextrechte ein. Dann muss es schwierig gehen. Ja. Ich will mit dem anderen Methoden aber weiter. Ich gebrauche den ein bisschen mehr spät, nein, okay, ja. Wenn ich heute versuche. Okay. Hier fangen wir mal am ersten Moment, kennen wir das Maximum. Okay. Weil wir wissen, vom letzten Jahr, er könnte nachher besser. Ja. Ich meine drei Punkte, da muss man auch irgendwie einen Schleif bauen. Und wir wissen vom letzten Jahr, dass dann im Prinzip, ja, ich muss den Max, und du hast es schon gesagt, Alex, wenn der Max mehr klingt als der aktuelle Max, ja, hier sind zwei Heimmaat, get number pages, hier sind ein Buch, ein aktuelle Buch, get number of pages. Oder ist die Bele, was ich gekickt, ja. Ja, das schon die Express, was ich gekickt. Wenn das, wenn das dann der neue Max, das dann da. Das ist das für sich. Okay. Okay, verabschieden dass man weg hat, ist, wenn du veigert hattest, wenn du dir ne Watch im get οι hattest, wenn du das fort- viert. CA gibt ja nicht, ist das komplett möchte, dann möchte ich noch ein bisschen Miser. Ich definiere mein Buch B, okay, ich weiß noch nicht wie ihn definiert, das kann ich immer. Wann der Buch? Also wie in der SmartKette E, oder? Ah, also etwas, aber das ist schon gelesen. Ja, okay. Das ist aber evident. Ja, du scrollst, wenn ich dich ganz schlecht. Ganz genau. Der ganze Trick ist, wenn der Maximum mehr klingt, der aktuelle Maximum, das wird schon als Maximumwert ein bisschen hohen, und wenn ich mehr klingt als das, werde ich schon als Seiten der aktuellen Buch generalisieren, ja, okay, dann wissen wir, was der nächste Max muss sein. Das ist der ganze Trick bei der ganzen Schleife. Da muss man nur noch einen Schleife bauen. vor int i als gleich, i mit klingt wie wieviel? Boah, das ist ganz schlecht als klar. Das heißt, ne? Ja, das tun wir noch schon was, alles. Das haben wir für drei Jahre gemacht, ne? Strictement inferior, nicht vergessen, weil... Weil, Mario, bei nur noch fängt. Bei nur noch fängt. Okay, da ist ein Prinzip nur hier. Ich meine, das ist ein bisschen proper. Ich will doch nachher um einen kleinen Klammern machen. Ah, da sind noch Sachen, die hier nicht voll. Logisch. Und wie gesagt, al-books, al-books, la.get i. Den i-te Buch, den wir generalisieren, und dann gucken, Kontrolle erstellen. Naja, ich gesehen, was das in Fragezeichen gemacht ist. Ja. Dann sind wir bei null effects. Wir haben schon den nullten Elemente. Und so fängt es bei mir an. Und so rechtzeitig bei zweit. Das zweite Buch beim Index int. Okay. Wir holen das nächste Buch. Wir holen seine Seiten zu definieren. Das ist das aktuelle Maximal. Da gehen wir hin, und gucken alle Rechte für meine Bücher. Und wir vergleichen ihre Seitennummer mit dem aktuelle Maximal. Ja, okay. Lekker. Aber das dann, wenn es gleich fertig ist. Aber da unten ist... Return Max. Da unten ist der Maximum Pfund. Mhm. Nun muss man die verschiedenen Fälle analysieren. Eerstens, wir haben hier get null. Wenn es lustig ist, dann darf man das tun nicht ausführen. Hast du das verstehen? Ja. Wenn es lustig ist, dann gibt es kein get null Element. Richtig. Huff. Wir haben heute schon geschützt. Mhm. Lekker. Wir wissen, wir haben mindestens ein Element beim Heisen. Und du gehst dann raus aus der Geschichte. Ja. Das hast du nicht mehr raus. Wenn das E-Buch dran ist, dann wollen wir heute das nächste Buch. Da fängt die Schleifung bei End. Mit lang oder gleich End. Dann hält das Schleif auch direkt ab. Das geht auch noch nicht bei einem Buch. Funktioniert aber auch nur hier, weil der Return dann die Funktion beendet. Ja. Und das muss man mal in einem L schaffen. Oder verschiedene Fälle. Mhm. Ja. Wir können nicht mehr so beantimieren, die Leute. Ja. Ich kann auch das durchschreiben, effektiv. Ich meine, das ist ja nicht mehr groß wie verschiedene Fälle. Also meine, ich habe hier so eine Klammer rundherum. Äh. Äh. So eine Klammer. Das hat das auch erlaubt. Äh. Ich muss aber nur so passen, wenn man die Return dann mag sein. Weil die muss auch noch ein bisschen rumgehen, wenn die Eide lassen. Ja. Ja. Die Leute, die wollen den erinnern. Das ist wirklich so schwer. Mhm. Okay. Muss man testen. Starten wir das Programm. Warum? Den nächsten testen wir direkt mehr. Kein Bücher. Können wir direkt rein. Das ist nicht mächtig. Da haben wir ein Buch dran. Beend. Oder eend. Number of pages. 10. Book. Biggest number of pages. Ba. Logisch. Das haben wir in dem Buch durchgeführt. Und so. Und fülle. Zweite Buch. Vielleicht auch mal 10? Ja. Komme mal 10. Ah. Gut Idee. Was dann nur die größte. Und 12. Und rümt. Ich meine ein dritter Buch. Das geschieht, wenn es da keine. Die keine. Es ist von allen Pflicht. Diese Pflicht. Ja. Ich kann schon sagen. Ich muss ihm. Einseite 12 gehen. 100. Ad pages. Der schluss in den Doofang. 100. ich meine die nächste buch die veränderst du hast nicht die das veränderst du hast nur buchselektet ja das ist eine scheiße elektrieren da kenne ich ein büro gewesen find the biggest und wenn man die von der mittel man aber d'ohrausen 200 da von marlowe du bist komm okay man ja dann gibt es so einen dat verhalte bis sie mir komplexen algorithmus wie denn die monja nemmen so nemmen so ein merci für die lache ströndern begegnen als den rum für den dritten deel flessen für diese Serie.